Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt als allererstes erstmal auf Erkundungstour nach dem Villager-Dorf und danach bauen wir in der nächsten Session nämlich, denn das wird jetzt wahrscheinlich die letzte Folge, die ich aufnehme, bauen wir in der nächsten Session unser liebstes Haus weiter mit euren Ideen und Anregungen in den Kommentaren, hoffentlich, die ich da gesehen habe. Und ab geht's. Hui. Boah, es ist schon echt ein heftiger Bauspot so. So, vielleicht finden wir auch ein paar Wracks. Was halt auch heftig wäre, wäre ein Unterwassertempel. Unterwassertempel wäre echt geil so. Aber mal sehen, ich habe ja auch noch die Koordinaten von unserem Spawner. Aber erstmal will ich so eine kleine Grundbase bauen. Und da ist schon ein Wrack, oder? Ja, da ist schon ein Wrack. So, und hallo. Ähm, hier ist glaube ich die Hauptkiste, oder? Ja. So, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Und ich habe relativ noch gute Luft. Alter, das ist echt guter Loot, den man in diesen Dingern findet. Ich würde fast sagen, overpowered. Aber mich stört es ja nicht. Ja, ist ein... Kartoffel. Was war das für ein Geräusch? Ja, okay, ich muss hoch. Nicht, dass ich nachher trinke. Vor allem, alter, ich... Ich kenne das ja nicht, ne? Vor allem, ich... Vielleicht finden wir auch einen Korallenriff, so. Korallenriff habe ich ja noch nie gesehen, so richtig. Also so in... Echten Minekraft ohne Schatzkarte. Und eine leere Karte, ja, die brauche ich nicht. Ähm, einen Korallenriff wäre echt interessant. Da ich noch nie einen Korallenriff so richtig gesehen habe, außer aus Videos. Aber selbst halt noch nie. Und das, denke ich, echt geil wäre. Und, alter, ich muss unbedingt gucken, dass ich auch wieder nach Hause finde. Vor allem, ne? Ich glaube, nach Hause finden wird ziemlich das Schwerste mit. Wo ist denn hier die Kiste? Ach, da. Cool. Was war das bitte für ein Geräusch gerade eben? Habt ihr das gehört? Bzw. sagt mir, man hat das gehört. Das war so ein richtiges... Richtig komisch. Hier. Da kann man rein. Oh nein, Zombie, geh weg. So. Schatz, gerade Bücher. Bücher wichtig. Wichtig. Kürbis. Papier. Okay, nicht wichtig. Und da ist einer mit einem Dreizack. Oh, hat dich braucht... Ich will den Dreizack. Ich hab kein Schild, ne? Ich hab kein Schild. Oh, oh, Leute. Scheiße. Aber mal absolut hier schnell weg. Oh, no. No. Ich muss hier weg? Jo, was ist das für eine Horde? Ich hab kein Schild. Ich muss jetzt mal ein Schild craften. Und es wird nachts... Ach, scheiße. Zack, ich weiß nicht, wie das craften wird. Schild. So, hopp. Und dann hab ich das auch. Und jetzt... Jetzt können wir reden, Leute. Jetzt können wir reden. Mit Schild ist das Leben. Nehme ich einfacher... Vor allem das Fighten gegen euch. Das ist einfach... Oh, Cola. Wichtig. Wichtig. Halbigkeit 1 angebrauchen wir nicht. Ich bin gerade so müde und weiß nicht, warum. Ich bin grad... LOL. LOL. Ist da? LOL. LOL. Es... Das heißt... Als ob wir ne Pilzinsel gefunden haben. Yo. Wahrscheinlich ne Pilzinsel, oder? Ich hab jetzt mal die Koordinaten gescreenshottet. Hier ist einfach ne Pilzinsel. Wie geil. Oh mein Gott. Ne Pilzinsel mit Pilzkühen. Oh mein Gott. Ich will ne Pilzkuh. Ich will ne Pilzkuh. Die Pilzkuh soll in mein Boot einsteigen. Oh mein Gott. Einfach ne Pilzinsel. Mit Mizeel. Mizeel. Geil. Ich hab, Leute, noch nie... Noch nie... In Minekraft... Selbst eine Pilzinsel gefunden. Wirklich noch nie. Hey, Freunde. Hey. Hi. Was geht? Kommst du mit? Ja, du willst mit, ne? Kommst du in mein Boot? Dann hab ich nie wieder Essensprobleme. Komm mit. Ja, komm mit. Los. Los, komm mit. Ich pass auf dich auf. Versprochen. Komm mit. Komm. Los. Ich will dich. Wenn wir zu Hause haben. Komm. Ja, los. Komm. Und jetzt setz ich hier rein. Machst du? Booty? Pilzi? Pilzi? Los. Setz dich da rein, Pilzi. Pilzi, komm. Pilzi, los. Sitzt du? Setz dich da rein. Bitte. Komm, ich sitz auch. Komm. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Du. Ich. Du. Wie krass. Holy. Also. Das ist echt heftig. Einfach. Einfach heftig. Pilzi, du bleibst da, wo du bist. Okay. Pilzi? Nein. Pilzi. Lass mich raus. Du bleibst da oben. Ich geh kurz Zeug suchen. So. Oh. Das ist sehr gut. Das ist schöner Lut. So, Pilzi, geht's dir gut? Du kommst jetzt mit nach Hause. Ich entführe dich, Alter. Und bei mir zu Hause wirst du eine prächtige Kuh. Bei mir gründest du irgendwann deine Familie, wenn ich noch ein Stück deiner Familie entführt hab. Ne, Pilzi? Ja. Und dann, ähm, dann spendest du mir die ganze Zeit Pilz, Pilz, ähm, Pilz, äh, Suppen. Genau, Pilzsuppen. Alter, ich hab so Angst, dass ich hier jetzt irgendein Ertrunkener oder so wegschießt einfach. Aber ich pass auf dich auf, versprochen, Pilzi. Habt ihr, Leute, habt ihr schon mal ein Pilzbium in Minecraft gefunden? Ich hab's wirklich noch nie gefunden. Merkt man wahrscheinlich auch an meiner Reaktion, weil ich's noch nie gefunden hab, so. Heftig. Da hinten ist noch ein Wrack. Ich lass das Wrack jetzt erstmal Wrack sein. Ich will jetzt einfach nur mit meiner Pilzkur sich hier nach Hause. Toll. Das ist ein Delfin. Hallo, Delfin. Booty. Aber ich kann grad nicht, man. Ich muss hier Pilzkur in Sicherheit bringen. Delfini. Ich komm später zu dir, okay? Delfini. Oh! Oh mein Gott, hab ich mich grad erschrocken. Delfini. Man macht jetzt hier keinen Stress, Brody. Da, noch mehr Delfinis. Da. Schließt sich den an. Hallo, Delfinis. Ihr seid süße. Ihr seid süße Fratze. Aber ich kann grad echt nicht, Leute. Ich muss hier Pilz hier in Sicherheit bringen. Und danach, ähm. Ja, mal gucken, was danach ist. Ach, Delfini. Ja, ist doch gut. Booty. Booty. Ey. Ist gut, Mann. Ey. Alles, alles full ash. Mach dir keine Sorgen um dich. Wann verschwinden die jetzt endlich, Alter? Okay, Pilzi. Ich weiß noch nicht, wie wir das zusammen schaffen sollen, ne? Keine Ahnung. Bin ich ehrlich mit dir. Ich hab keine Ahnung, wie wir das zusammen schaffen sollen. Aber wir kriegen das hin. Versprech dir. Komm, Pilzi, los. Vorwärts, komm. Schwimm mit mir. Leute, wusstet ihr eigentlich, dass Pilz, also das Pilzkühe, würde ich jetzt sagen, dass eigentlich Kühe im echten Leben, ähm, einfach ertrinken, wenn sie zur Hälfte unter Wasser sind, weil sie keinen Schließmuskel haben in ihrem Arsch. Und deswegen würden sie einfach halt durch ihr Arschloch ertrinken. Klingt irgendwie schon traurig, ne? Können wir echt froh sein, dass wir so einen Schließmuskel haben, Alter, sonst wären wir echt am Arsch. Bis hier wegen am Arsch und Arsch ertrinken. Und lustig. Bildungsauftrag erfüllt, plus schlechten Witz gerissen. Einfach nur ne Schiene. Geht die nicht einfach nur mit dem hier? Zack, und dann Schild. Aber ich will ne Schiene. Geht die so? Ja, so, easy. Okay, Pilzi. Ich werde dich jetzt direkt erstmal in die Lore setzen. Ich will jetzt hier nicht, dass du abhaust, ohne dass ich dich gerettet habe. So, Lore. Pilzi, komm mit. Komm, los. Komm, Pilzi, ja, genau. Vorwärts. Ich rette dich. Komm, nein. Komm, hierher. Hier. Nein. Scharf. Scharf. Scharfi. Scharfi, ich würde dich ja mitnehmen, aber es geht nicht. Es tut mir doch leid. Pilzi ist gerade echt wichtig. Na los. Und jetzt. Uh. Aber stopp. Nein. Pilzi. Ach, du bist doch blöd. Pilzi. Pilzi, du bist jetzt schon ne Legende. Ich sag's dir einfach. Du wirst einfach als Legende eingehen. Vor Milliarden von Zuschauern, Pilzi. Ja, komm. Vorwärts. Los. Beweg dich. Ich baue dir kurz noch deine Strecke weiter, ja. Und dann kannst du fahren. Und bald sind wir wieder auf dem Meer. Und da kann nämlich ich dich wieder hin und her kutschieren. Und dann ist wieder alles easy. Okay, bist du bereit? Ja, ja, ja. Ich weiß, dass du bereit bist. Nein. Du musst da lang. Fahr mal. Genau. Immer weiter, Pilzi. Ja, ciao. Bis gleich. So, und du kommst jetzt mit. Du kommst mit. Du kommst. Komm. Vorwärts. Los. Komm. Und jetzt steig in mein Boot. Mist. Da. Steig ein. Steig ein, Pilzi. Wo ist das Boot? Da. Steig in das Boot. Steig in das Boot. Pilzi. Ich hab gesagt, steig jetzt in das Boot. Los. Bitte. Ja. So. Okay. Abfahrt. Let's go. Pilzi. Pilzi, bist du bereit, dein neues Zuhause dann empfang zu gehen? Nehmen und dir das anzugucken. Du freust dich, oder? Du freust dich. Ich freu mich auch schon. Hier, Pilzi. Hier, jetzt gleich. Nein, wir sind schon da, Pilzi. Wir sind schon hier. Da oben. Da oben siehst du's. Oh. Das ist grad nicht wirklich passiert, oder? Oh, Pilzi. Ich werd immer an dich denken. Ich glaub, ich hab grad dich ne halbe Stunde hin und her kutschiert. Ich spure Kopf. Und du. Du gehst einfach von uns. Und man, was wollt ihr eigentlich die ganze Zeit von mir? Ihr habt Pilzi umgebracht. Ich werd so Pilzi rechnen. Sie haben einfach Pilzi umgebracht. Sie haben einfach Pilzi umgebracht. Ihr seid so asoziale. So asoziale. Sie haben wirklich einfach Pilzi umgebracht. Sie hätte eine Familie bei mir gegründet. Und was passiert einfach genau? Es passiert einfach das, womit niemand gerechnet hätte. Wir bauen einen Grabstein. Ich baue jetzt einen Grabstein. Da oben baue ich jetzt einen Grabstein. Für Pilzi. Die Kuh, die alles, alles gemacht hat. Und alles überlebt hat. Einfach versucht hat, wirklich dran zu bleiben. Auch wenn sie ein schweres Schicksal hatte. Mit mir. Und trotzdem alles gegeben hat. Die bauen wir jetzt einen Grabstein. Einfach neben mir im Boot. Einfach weg. Oh man, Pilzi. In Gedenken an Pilzi. Wartet. Pilzi. Die beste Kuh. Auf MC Welten. Wel-Wel-Wel-Wel-Welten. Grip. Und noch ein trauriges Smiley da drunter. Pilzi. Es war, es war eine, es war eine gute Zeit. Und ich werde dich immer, ich werde dich immer vermissen. Immer. Immer werde ich, ich werde. Immer, immer, immer in Gedanken werde ich dich haben. Leute. Ich hoffe, ich habe euch die letzten Videos wieder mal gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch wenigstens ein bisschen unterhalten. Und wie gesagt, schreibt mal eure Meinung zu dem, zu dem Ding hier in die Kommentare. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Oh. Oh Mist. Ne, ich würde mich wirklich darüber freuen. Es würde mich interessieren. Und bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.